. 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 Wir gehen jetzt mit dem Zug weiter zum Stadion, der Swissburg Arena. Ich sehe so keine Fans, aber ich denke, die werden schon alle da sein. Naja, wir wollen auf jeden Fall ihn rauswerfen, aber ich weiß nicht, ob sie das einfach so können. Also, keine Ahnung. Wenn ich noch den Beitrag finde, könnte ich ihn gleich euch zeigen. Aber sie wollten ihn auf jeden Fall rauswerfen. Aber ihm gehört ja der Name der Arena. Also Swissburg ist ja von ihm, aber keine Ahnung. Aber wir werden es sehen. Irgendwie werden sie schon irgendwas vorausdribbeln oder so, um ihn rauswerfen. Aber der ist schon eine große Geldquelle für den FCL. Er hat so viel, viel aus seinem eigenen Geld gezahlt. Und jetzt ist er einfach weg. Mal schauen. Da gibt es viele Millionen weg, Milliarden. Keine Ahnung. Mal schauen, was ich so machen will. Und da sind wir auch schon, Leute. In der wunderschöne Swissburg Arena von Luzern. Meiner Meinung nach ist es wirklich ein schönes, schönes Stadion. Aber es ist halt nicht so groß. Aber wie man sagt, klein aber fein. Aber ich finde es wirklich easy. Also, kann ich mich nicht beschweren. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich bin für den FCL. Ich bin selber von Luzern. Also, Haupt-FCL. Hier das wunderschöne Stadion vom FCL. Ich finde, es ist wirklich ein schönes Stadion. Es ist aber übelst viel leer. Aber es ist schon geil. Aber es ist schon geil. Hier die FCL-Furve. Und wir werden auch irgendwo hier im Zinsen dabei. Ich muss noch schauen, wo. Und ja. Das ist geil. Die haben da irgendeine Show prepared. Da läuft es auch schon rein. Ich bin hier noch am Essen. Hoppala. Die anderen haben da auch irgendeine Show. Man sieht es nicht. Man sieht es hier ganz gut. Es geht hoch. Man sieht es leider nicht. Ich bin von hinten. Aber da könnt ihr es sehen. Krass, krass, krass. Das ist doch schön. So ist es. Das ist doch Fußball. Es gibt doch wieder eine Schweigeminute. Wie beim FC Basel. Finde ich absolut geil. Also ich denke, es wird es geben. Aber ich weiß nicht. Aber finde ich absolut geil und korrekt von der Liga. Da ist auch der Referee. Es geht jetzt gleich los. 0-1. Und da geht es los. Ein Spiel für den FCL gegen Iverdon. Da hinten sind auch ganz, ganz wenige Fans von Iverdon, die auflaufen und Party machen. Das ist geil. Könnte gefährlich werden. Dann läuft der. Oh. Steht drauf. Ist leider nicht angekommen. Luzern ist immer noch am Ball. Und verloren. Na moin. Macht gar nichts mehr, Dinger. Ja, da kommt er nicht hin. Schade. Schade, 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 schade. Irgendwie ist das so wie gestern. Bei Basel. Die kommen hier nach vorne, aber kommen nicht zum Schuss. Aber die macht es wirklich nicht schlecht. Also der Zell ist wirklich gut dran. Mal schauen. Was war das denn? Was ist denn das? Einfach das 1 zu 0 und ich habe es nicht gefehlt. No way. 1 zu 0 hat es auch gemacht. Das ist eine Minute später, also FCL gibt übelst Druck, die spielen gut. Da geht er, in die Mitte, steht aber die Wand. Jetzt macht Ivaradon auch sehr Druck, aber Luzern ist immer noch momentan besser am Spiel. 1 zu 0 in der 30. Minute jetzt. Jetzt passt er auf, Alter, was läuft. Wer ist der Bad? Jetzt geh! Hallo, hey! Schick den Ball weg, what the fuck? Nein! Was? 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 Was war da los, Digga? Wir müssen sie aufpassen, als Fintegrinen fertig. Was? Was? Was war da los? Was? Er gibt Steckelbeugabe 100%. Wir sind in der 42. 1 zu 0 und wir genießen mal hier diese schöne Landschaft hier mit dem die Luzerner Twin Towers. Luzern Heimspiele sind immer nice. Alles noch drinnen? Der FCL macht das wirklich übelst gut, also weiter so. Mal schauen wie das jetzt so weiter kommt. Aber die spielen wirklich gut 1 zu 0. Die könnten 2 zu 0 schießen und sich ein bisschen zusammenreißen. Aber das könnte gehen. Ich habe auch hier noch mal ne Wurst geruht. Der FCL ist auch übelst gut am Spielen, also die sind da wirklich gut dran. Und jetzt mal schauen, also die müssen auf jeden Fall noch ein zweites Turn reinmachen. Unbedingt. Jetzt mal schauen, aber die spielen wirklich gut. Wirklich wirklich gut. Und da geht die zweite Halbzeit los. Wir machen Party. Wie immer, das ist geil. Und jetzt ist der FCL noch auf T-Seite. Der FCL noch auf der Kette. Oh, er ist noch ein Viertel. Oh, er ist noch im Viertel. о, das war ein guter Schuss. aber stand leider jemand. Brauchst noch Hoku. Schade. Jetzt kontern sie noch einmal. Gefährlich, ganz gefährlich. Oh, du Scheiße, Digga. Du musst aufpassen. Was ist los? Gelbe Karte? Nee. Du bist Nummer 4. Ich weiß nicht warum. Wir können auf die Mieter spielen. Hoku. Guck mal rein. Oh, da steht leider niemand. Ja, Schade, Schade, Schade. Hoku. Was? Was? Die Digga inschreiben, es kommt inschreiben. What the fuck? Das wird überprüft, glaube ich, nicht? Ja, ja, überprüft, überprüft. Komm schon. Fuck. Das war jetzt so 100% ein Foul. Ich hab jetzt noch mal in der Aufnahme geschaut. Aber das war ein Foul. Aber, ja, leider. Hat den Ball nicht mal gespielt, aber es ist wie es ist, ne? Aber das irgendwie der, der war nicht gesagt, das ist schon schade, ne? Aber wär eigentlich Penalty gewesen. Komm schon, einer geht noch, Digga. Einer können wir noch machen, dann sind wir safe. Wir sind bei der 67. Ein Tor müssen wir machen, damit wir safe sind. Ja, das ist über mich aufs Gepäck. Hoku. In die Mitte. Schön. Oh, nein. Oh, nein, was? Oh, er ist ein Mist. Er ist ein Mist, Digga. Da ist der Hoku raus, haben wir ganz gut gesehen. Aber ich finde, er hat vieles gut gespinken können, was sie dann rausgenommen haben. Ich weiß ja nicht. Das könnte gefährlich werden. Nein! Das kann doch nicht sein. Der kommt einfach Lucky durch. Mann, was ist das denn? Ich hab's doch gerade gesagt. Mann, ey, da feiern sie. Scheiße. Digga, der ist so dumm. Mann, das hätte... Ich war so dumm, weil ich dachte einfach ganz alleine. Das hätte ich eigentlich verhindern können, aber... Fuck. Aber wir können auch ein Tor schießen. Wir spielen besser, wir spielen besser. Und das ist so. What the fuck, Mann. Und das muss ich nicht spielen. Ja! Ja! Let's go! Jawoll, da ist er! Was ist eine Legende! Geht doch, Digga! Ich hab's gerade gesagt! What the fuck, Mann! Let's go! Das haben wir gebraucht, Leute. Das haben wir gebraucht, wirklich. Ich finde, das ist so ein schönes Stadion. Hier mit der Präsidenten-Ecke, wie ich die nenne. Absolut geil. Inschallah, Luzern. Ihr müsst mich hier mal reingehen und da reinschauen oder matchspielen. Ihr seid die Besten. Das wäre so geil. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft hätte ich da ein Ticket kaufen. Endlich schon Übers machen. Noch mal Tschadda. Noch mal Tschadda. Willst du da kommen? Ah, leider zu weit. Da wurde auch schon die eine oder andere Führung getündet. Die machen absolute Party. Oh, Digga, das kann nicht sein. Oh, Junge. Hätte sie jetzt das 2 zu 2 gemacht, Digga, dann wäre ich Piss gewesen, Digga. Jungs, konzentriert euch. Das können wir gewinnen. Jetzt das Ganze nach 1 Uhr und 3 Stunden. Wir sind besser. Wir sind super besser, aber nicht alles trippeln. What the fuck? Der kommt einfach durch. Ja, schade. Hey! Oh, du Scheiße. Das sind nicht mehr so konzentriert. Das geht noch 10 Minuten. Der 80. Jetzt. Die müssen jetzt wirklich sich zusammenreißen, Digga. Wirklich, wirklich, wirklich. Luzern hat vier Corner. Evadon zwei. Er ist auch schon das nächste Corner für Evadon. Schade, wo der jetzt so ein bisschen spielt. Nein. Jungs, Jungs, konzentriert euch. Jungs, bitte, konzentriert euch. Jungs. Oh, fuck. Ey. Bei Luzern ist es wirklich komplett jetzt gerade. Was? Nein. Was? Das war so knapp. Ja, let's go. Hopp, mach raus. Oh, fuck. Schade, schade, schade. Luzern ist jetzt wirklich besser wieder dran. Gelb. Oh, Stemburg. Ja, es war auf jeden Fall ein Gelb. Da ist noch ein Luzern. Aber die sind absolut Pist da. Absolut. Da hinten ist einfach noch... Das ist der... Der hier. Der ist von der FCL. Der ist einfach bis dahinten gesprungen. Was? Der hat die Rote Karte gegeben. What the fuck? Die bekommt ja auch noch eine Rote Karte. Oh, da kommt er wieder. What the fuck? Oh, oh, oh. What the fuck, man. Das ist doch so dumm. Was ist das denn? Weil die sind doch einfach eurem Fressen, Alter. Jetzt plötzlich sind die absolut aggressiver aufeinander. Hey! Der hat einfach der Ball weiter vorne gespielt. Digga, warum sagt sie nicht? Digga, warum hat sie nicht gesagt? Digga, das ist so ein Witz schon wieder. Der egal ist unser Tor, aber keine Chance haben. What the fuck? So eine Frechheit. Der ist auf der letzten. Nein, nein, nein. Gut weggespielt. Und er pfeift ab. Let's go! Let's go! 2 zu 1 Wind für den FCL. Das waren die, die haben besser gespielt. Hätten aber noch ein Tor mehr machen können. Meine Stimme ist weg. Hauptsache die drei Punkte. Und so sind wir wieder auf dem vierten Platz. Mal schauen, was Kenzi gemacht hat mit Lugano. Besser gesagt auf dem dritten Platz. Jetzt müssen wir schauen, was Lugano gemacht hat. Nein, nein. Absolut geil, kidna! Mittlerweile ist aber schon wirklich viel leer. Auch da. Da sind unsere Spieler. Oh, shit! so leute fcl hat gewonnen 2 zu 1 einfach nur geil leider sind die aber nicht dritter da ist ein gallen und er hat einfach ein tor mehr diesen tor den ich gesagt habe den wir noch brauchen aber naja jetzt müssen wir einfach nur noch weiter machen und nächstes spiel wieder gewinnen so wir sind jetzt auch in richtung autos und wieder der fcl hat wirklich gut gespielt also kann ich nicht sagen hätten vielleicht 1 2 chancen mehr machen können aber leider 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 ist es halt nicht dazu gekoppelt jungs vielen vielen dank für den sport gestern waren wir im fc basel spielen heute im fcl nächste woche muss schauen wohin ich gehe ich bin da doch immer überlegen ob sich überhaupt ein machen denn es ist von der zeit schwierig aber ich hätte schon übelst bock aber naja ich wollte einfach kurz sagen vielen dank für euer support lasst doch ein ab oder ein like da bis zum nächsten mal tschau tschau